Prozent ich glaube schleichen Bauer hier nicht Ah! Hier kann man nochmal Munition kaufen. Oh ja, bitte. Ich hab alles voll. Ich hau mal drauf Och nö Echt jetzt Kommt man mehr? Oder manche halt nur Ich hab auch keine Feuerwaffe, die richtig schaden Ist der jetzt tot? Ah ja, der ist tot Kehre zum Bunker zurück, warum? Was haben wir denn jetzt gemacht hier mit? Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Einfach nur zugemacht oder was? Keine Ahnung Oh, ich raff das manchmal so Können wir denn irgendwie schnell reisen? Ne Wir haben ein Fahrzeug, können wir uns organisieren Vielleicht manchmal besser Muss die eine Quest eigentlich Da sind wir noch nicht Das sind wir noch lange nicht Komme lieber warten Da kommen wir noch hin Wie war das denn mit dem Speed nochmal? Äh Z war auch falsch Ne, C ist, da tauschen wir gerade Sehr gut Mitnach Das ist aber geil, ich will auf deinem B, N, N V? Ne, V nicht Dann sehe ich was anderes Ich will sie nicht Ist jetzt auch egal So Wir sind da Aber das war cool Ich will deinen Platz Ah ja, hier müsst ihr jetzt alles safe sein Hörst du mal auf? Oh, Geld und Money Dann gehen wir noch rein hier Hup, ahaha Deine heißen Visage, ey Hup, ahaha Ja, warte Ja, warte Ja, warte Hotter Naja Boah Wie sieht das cool aus mit den Blümschkes? Ich habe kein Wort verstanden Oh, wie sieht das cool aus mit den Blümschkes? Hm Wenn die nicht giftig wären Ja Oh Gott, ja Belebe, äh, belebe Morakai wieder Morakai ist infiziert und, äh, Cassius könnte deine einzigste Hoffnung auf Heilung sein Möge Gott dir beistehen Abschluss, Lilith Bisschen erfüllt Belohnung Erfahrung Und Kohle Enter Kapitel 3 Der Knackpunkt Der knackige Punkt Begib dich zu Burroughs Oder wir machen hier Zu den Burroughs Ja Oder wir nehmen von ihm noch was an Vonk hat seinen kompletten Clan verloren Mist, aber du kannst ihm helfen einen neuen zu bekommen Anti Mist Ja, komm Die sind aber noch drei Naja Die nehmen wir erstmal alle mit an, ne? Ja So, Anti Mist Nehmen Forks Flaggen auf Wir werden das auch nach dem DLC, denke ich auch, weiterspielen Bald Wo, wo ist denn die Quest? Hä? Geht runter bestimmt Tippe ich jetzt einfach mal Ja 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 Moxie 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 Ach Gott Guck mal, wie die tanzt Hä? Oh, Moxie 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 Nimm Scooters Echo Nimm Scooters Echo Finde Busenfreund Finde Sexy Reckski Finde Ruf der Sirenen So, wir hatten ja noch was Neues Hat man nicht irgendwo noch was ganz anderes? Hat man nicht noch irgendwas gefunden? Ah, da! Uh Ähm Das ist ein Cooler So Hey Schnucki Hm? Ich bin was gealtert Gealtert Ist auch nicht sexy aus Ah, den Kopf hatte ich noch nicht Ich lass den jetzt erstmal So Finde, äh Die Sachen von Scooter da Wo müssen wir denn Guck mal, wie seh ich... Wie seh ich denn auch? Ja, nice Nett, nett Kartenausgang verlastet's, äh Dahl Abandol Ne Lasst erstmal euch da Es ist noch ne Quest Achso Ich soll erstmal also nehmen, weißt du Ganz Finde Busenfreund Finde Sexy Rexy Sexy und Rexy Äh, hier ist Hier ist keine... Hier ist keine Quest mehr Die ist... Geht nach da hinten irgendwo Was so Oder? Na, ich guck mal eben hier Ich öffne mal Oder? Könnte sein, dass wir doch hier noch reinkommen Ja, ja, ja Wie, ich hätte jetzt angegriffen Hier müsste irgendwo ne Quest sein Ich... ich seh die Quest nicht Ich... 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 seh die Quest nicht Ich seh die Quest nicht Ich seh die Quest nicht Vielleicht hier irgendwo findest Ja... Müsste ja hier... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ich seh gerade was Hier geht's hoch Okay Ha, 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 ha Ha, ha, ha Dr. Z! Dr. Z! Dr. Z ist definitiv der Mann, der diese arme mutierten Bastarde heilen kann Ganz bestimmt Wir müssen infizierte töten und äh... Das kann man ja alles nebenbei machen Das kann man nebenbei machen, ja Ja, 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 ja Komm runter, du geile Ich muss ja erstmal looten, ja, also Erst wird gelootet, dann wird geshootet, ja Wir... wir haben doch Monique... Es müsste es doch voll sein Achso Ach, ist ja doof Achso, warte mal und äh... Sollen wir das von Scootern... Jetzt... Mist, jetzt seh ich... Ach doch, 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 doch Äh... Das ist alles hier unter der... Dahl, aber dann... Space Cowboy Sollen wir das erst machen? Ja, Finde Busenfreund Das ist von der... Muxi Genau Finde Busenfreund Finde Sexy Und... Raxi Raxi Und Finde ruft der Sirene Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da wohin ja müssen nicht aber müsste nicht aber gar nicht ja den so habe ich jetzt eine falsche fahrzeug des wort oder die selben funktionen die kreise wird doch die selben funktion habe ich jetzt keine lust drauf wir kommen glaube ich auch in der nähe des ausrufezeichens da sind zwei neue gegner die wir noch nicht entdeckt haben die greifen an und das sind noch bett erst banditen ich versuche gerade ein bisschen zu fahren damit wir ein bisschen heilen ok da war nichts aua das ist ein normaler aber ich sehe jetzt nichts mehr hey müssen wir uns aufsammeln sexy und risky Der einzige Sammelwert Oh nicht schon wieder Schnauze voll jetzt So komm wir rennen schnell Die Richtung Vorher gleich wieder ins Eindersporn Kommt nämlich da aus diesen Dinger da raus In die Richtung Das sieht sehr nach Feuer aus Und was glänzter Okay Oh Oh Selbstmord Psycho Aber er ist nicht hier infiziert Oh Der auch nicht Muss man ihn jeden Mal zugute halten Au Au Wo bist du Liege hier Jetzt nicht mehr Ich häng an deinem geschützturm Er hing doch da rum Das ist ein Klo Da ist ein Badass Der ganze Zeit auf uns schießt Ganz schwer Ja Ja Hier hinten Wenn sie von dem Badass weg Oder was Ja Einen haben wir noch Ein Goliath Aber der müsste jetzt Und Und hier ist so ein goldner Rucksack Ruf der Sirenen Was So Was machst du da Der liegt da Ich kann den nicht mehr öffnen Toll Jetzt hast du mir alle Waffen weggeklaut Da waren keine Waffen So Lag da auch eine Waffe Das sind Meckert 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 diejenige rum Da die ganze Zeit Die sich da Vor dem Badass am verziehen ist Das stimmt gar nicht Feige Stück Das stimmt Du trickst mal das stimmt gar nicht Da stimmt Und jetzt Du hast schon ein Autorrespond Ja sehr Komm Was du denn Keine Ahnung Ich hab mich noch gesetzt Aber keine Zeit für Glaube ich Aber keine Zeit für Ja Gleich kommen sie alle Sind sie hier richtig? Ja Irgendwo hier Ich bin am Ende der Map Hier muss man glaube ich durch Nö nö Ja hier ist ein Tunnel Recht Na gut hier unten geht auch lang Okay So ich bin da schon fast da Ja ich bin aber wieder zurückgefahren wegen dir Guck mal da holz rum Aber lässt alles liegen ist gibts Für pos in Dassel Con Sch Und Sch four Sono Sch Und und Sch und Ich bin nur mit Lachim. Ja? Deswegen sagte ich ja Falsche Richtung Ja ja hier war ich ja schon Ich nehm mal das Eridium mit Lauf Ja hier spawnen die natürlich Hier war ich nämlich Und dann hast du gesagt Nein wir sind falsch Ja wo denn Ich äh genau hier von oben Werde ich jetzt auch schießen Hab ich mir gerade überlegt Was ja lustig ist Wo sind die meisten da bei dir ne Tschüss Einfach mal Mal geschützt da unten weißt du Wir sind auch nicht Notiert Na na Hier muss noch einer Nein da hinten Nein da sitzt glaub ich das Fahrzeug Ja hier sind zwei übrigens oder war es ne Ne da ist irgendwo noch einer Ja Achso hier meinte ich Dachte ich meinst du Ja hier sind auch welche Na hinter uns Achso Achso Die anderen kommen jetzt nicht raus ne Ja Ich muss nur runter Bereit Ich bin da ein schönes Strom drauf Lass mich ja schon gerade beschießen damit ich den da anschießen kann Ja hier sind ja schon mal Ich bin da hinten da toll ich muss noch mal nachladen so das war oder naja das Geld da das war klar da du bist auch am looten du hast Geld das war noch gesagt war ein Geld das auch oh Hupser hier freut euch ich glaub das hier müssen wir gleich benutzen weil da ist das Zeichen naja wollen wir noch mal gucken was hier liegt Gegner das hab ich dann auch gerade gemerkt ja auch ich glaub du hast was lecker abgekriegt ne ich brenne also so mussten was das noch ne Kiste da kann eben bei dir alles was ich brauche das lass ich dir drin nirgendwo 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 kriegste automatisch n ich muss eigentlich gar nicht nirgendwo 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 da kommt irgendwas Großes raus ein Folterer Akkord noch was Großes raus naja zappelt aber die Aussage und ja so haben wir auch mitgenommen liebes liefere Sex Heftchen ab bei Moxie die will die Sex Heftchen und und zu werden daher kommen wir nicht mehr hoch aber doch auch der andere nimmt sie nicht mit er war ich wollte das ist das macht ihr unser Fahrzeug zerstört komprennt Telefon erlückt ein Zerbocken infizierten betrötet Euregen er hat ihn jetzt dass man da muss werden und ich habe das werden eine sie wir haben alle wir liefern wird erst mal ab weil ich glaube da machen wir auch feierabend schon ein uhr eins als 2 und hier bin ich gleich ganz froh entspannen können das habe ich schon wieder schaden ich auch so von den 20 verscheiden wird blicken der backburner Wie, Ellie! Blblblblblblbl blblbln Na jetzt ist ihr aber sexier. Wo müssen wir die denn abliefern? Bei ihr? Ja. Macht die Moxie denn mit den sexierischen Fittchen? Sprich mit Ellie! bei Jutern sprechen wir noch mal mit Elie wird mit was du da er spricht man die zum Kettel Reitz Station ja aber das machen wir dann in der nächsten Folge dieser wieder raus das machen wir in den nächsten Folge und ich sag da mal schau mit v bis zum nächsten Mal wir setzen uns jetzt hier erstmal hin und Prozent hallo Moxie die spricht jetzt auch gar nicht schade eigentlich kann man sich irgendwo hinsetzen? ich kuschel mal ne Runde mit der Aua ja dann nicht Entschuldigung ich geh ja wieder zurück an ok tschüss tschüss